ARD Text im Auftrag von Funk Hast du reingeschmissen? Jujo. Was meinst du, warum so der Effekt kommt? Ah, nein. Der Uralte. Zeig doch mal. Oh, das ist ein Baum, ist doch kein Skelett. Brenne! Was macht der denn da für'n Scheiß? Muss ich hinter den Säulen ein bisschen verstecken. Der erwischt mich auch, der Satan. Brenne! Da fallen die ersten Bäume. Aber nicht auf mich. Boah, das war aber knapp. Oh, jetzt kommen wir noch Trolle hier, Alter. Was? Verstärkung von dem, oder was? Zufall, glaub ich. Du hast nur zufälligerweise gepullt. Weiß ich nicht. Werden wir noch mal fahren. Deine Händchen kannst du behalten! So, geht weiter. Eieieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Da brennen die schon. Achso, wir müssen mal unsere Fähigkeit aktivieren. Ich denke da immer reich drin. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Eieiei, Alter. Oh, fuck, fuck, fuck. Ein Troll. Das ist, glaub ich, alles Verstärkung von denen. Hier, schrette mich. Alter, Fritz. Steht da unten. Root? Was heißt denn das? Die hat... Ja, die... Die castet da die komischen Dinger. Ich kümmere mich um den Troll. Irgendwie. Keine Stamina. Ah, bald steht hier kein Wald mehr. So wie der hier rumcastet. Au. Au, au, au. Boah, die scheiß Roots, die hauen mich. Troll fällt gleich. Hm? Troll fällt gleich. Ja, diese... Anderen... Kaka gehen wir mal ganz... Oh, die ganzen... Der ist so groß. So, da haben wir doch zu wenig Pfeile mitgenommen. Ja! Ach, Mann, muss er sich dann gerade drehen? Wir müssen wieder hinten zu seinem Ort. Kannst du besser hinter den Steinen verstecken und alles. Autsch, haut ab. Komm schon. Lauf doch! Deine Ruhe zieht ihm ein bisschen nerviger an. Pfeile reichen niemals. Oh, jetzt muss er wieder laufen. Wo steh denn du? Äh, inzwischen. Ach komm. Ups. Da geht's ihm gar nicht. Räuft er denn hin, der kleine Scheiße? Es wird eng mit dem Pfeil, Alter. Achtung! Gift-Spucker, den muss ich so glatt machen, sonst reichen die Pfeile nicht. Nein, 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 nicht gewettet. Boah, mein Dreck, da nimmt vorbei. Boah, nee, 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 sorry. Naja, ein bisschen noch. Ja, ist aber schon hartnäckiger als die andere Kollegen. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Boah, wir haben nicht die richtige Taktik dafür. Oah, oah, zwei T-Z, ich muss nicht. Er fällt. The Elder was defeated. So, jetzt guck mal, ob man sich auch nicht noch irgendwas um die Ohren schleicht hier gleich. Der uralte Trophäe. Sumpfiger Schlüssel. Einen sumpfigen Schlüssel, okay. Hat er eigentlich unser Portal noch ganz gelassen? Ja, das wäre wünschenswert, ne? Stimmt. Sieht nicht so aus. Doch, da hinten steht es, ne? Ne. Ist weg. Aber hier liegen die Zutaten. Ich habe es aufgenommen. Aber hier ist noch ein Roter hier hinten. Alter.